Goldfontäne mit Farbsternen aus dem Vierer Set. So, das war eine Goldfontäne von der Firma Funke. Die Goldfontäne mit Farbstellen sehen wir da noch mehr, Max? Ja. Wir sehen alle vier Stück. Nummer zwei. Und gleich. Filigranes Kohlegold. Die Pyroschnecke findet es toll, das heißt schon was. Und jetzt noch die vierte aus dem Set. Die Pyroschnecke, das heißt schon was. So. Die Pyroschnecke, das heißt schon was.